Wir haben einen Auftritt gehabt in Mülheim oder Offenbach, ja? Scheißufe! Drei Leute sind mit sechs Jahren hergereist. Grüßt euch, ne? Servus! Servus! Ja, es soll so eine Jutz-Party sein mit vielen Jugendlichen, drei Bands, die volle keiner abgehen. Und kein Bier! Ja, pass auf! Spoiler! Ja, wir waren dann relativ erstaunt, dass nur drei Leute etwa da waren. Von den anderen ganz ein paar Anhängern. Und es gab auf dieser Party kein Bier. Oh, nee! Gut! Also ich habe jetzt mehr Entsetzen hier bei euch eigentlich. Eine Party ohne Bier! Hallo? Was habt ihr getan? Zu welchem Branz? Zu welchem Branz? Genau, richtig. Ja, da haben wir uns gedacht, dass es uns scheißegal ist. Wir haben unsere eigene Party gefeiert. Und es ist nur eins, was man eigentlich denken kann, oder? Frick Days! Ja, das ist nur eins! Ja, das ist nur eins! Ja, das ist hier. Ja, das ist nicht so viel zu tun. Ja! 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 Wir haben uns geliebt, wir sind zu sein, der sich entgegen wir alle zufrieden. Ich hatte alles gegeben, ich war nur naiv, doch das hätte ich geschenkt. Und ich würde es dir gar nicht tun. Du sollst uns nicht erwarten. Es wird sein und in den Fakten. Ich würde es dir gar nicht tun. Ich würde es dir gar nicht tun. Wer gerne kommuniziert, wird mit immer neu geliebt. Das ist der Weg, den ich lehre. Eine letzte Welt des Sextigen lebt und wieder voll frei. Und wenn wir dann ab vorbei. Du bleibst auf der Strecke. Und wir bleiben am Ziel. Komm mal los! Wichtig! 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 Und alles wichtig ist auf euch. Wichtig! 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 Und auch wenn man weiter bei dir. Komm mal! Wichtig! 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 Wichtig!